So, es ist 4.30 Uhr, wir sind in Wismar, Lübeck wollte ich fast schon sagen, da geht es gleich dran vorbei. Ich habe einen kleinen Stellplatz für die Nacht gefunden, ich bin nicht so der Autohof-Typ und mache mich jetzt gerade fertig für die Weiterfahrt durch Hamburg durch und wir haben noch so 25 Minuten, werden wir gleich noch einen Kaffee vorne machen, haben wir gestern Beeren-Sahne oder dieses Beeren-Zeuch da, äh Kaffee-Sahne besorgt. Ich mache jetzt gleich hier noch ein bisschen Abwasch, Trailer ist auch schon halb leer, ja den räume ich später auf. Gestern ging es um Zeit und habe hier solche Salztabletten gefahren, Regenerierungstabletten und da wird heute an einem Baumarkt die letzte Fuhre ausgeliefert und dann suche ich mir eine Fuhre runter Richtung Kassel oder weiter nach Süden, aber wo ich am Wochenende halt zu Hause stehen kann. Ja, Wetter ist toll, kurze Hosen sind auch schon an, ist ein bisschen frisch, ich denke mal sind so zwölf Grad wahrscheinlich jetzt und, äh, aber das stört uns ja nicht. Ich mache nachher gleich noch die Haus- und Hochrunde und, aber habe das hier genossen gestern Abend. Ich habe mal ein bisschen Büroarbeit gemacht im Lkw. Ich weiß auch gar nicht, was ich euch alles schon erzählt habe. Ähm, ich habe so viel Videomaterial, ich musste jetzt auch erst mal eine neue SD-Karte kaufen, weil die andere voll ist. Die 128er ist jetzt eine, eine andere 128er. Ich habe so viel Videomaterial. Ich muss mal gucken, ich will jetzt auf jeden Fall erst mal ein Video rausbringen. Das wird dieses hier sein und die anderen werden wahrscheinlich dann so eine Rückblende sein. Nehme ich mal an. Was ich dann noch ein bisschen kommentiere, weil ich vor einem Monat oder anderthalb Monaten, wie ich angefangen hatte, so ein paar Dinge noch anders gesehen habe oder vielleicht auch ein bisschen ungeduldiger war. Ähm, das hängt aber damit zusammen, dass man das Business einfach noch nicht so kannte. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt ein Experte bin, aber ich kenne mich schon besser aus. Und, ähm, aber ich würde sagen, jetzt erst mal Abwasch. Und danach kommt der Rest, danach kommt vor allen Dingen erst mal der Morgenkaffee. Ist so ein Instant-Brüssel-Zeug. Ähm, aber hilft auch erst mal. Eigentlich brauche ich es nicht, aber das ist so eine Tradition und Geschmack halt. Schneckere Deck. Ich liebe diese hier übrigens. Esse ich total gerne, weil, ähm, alle Nährstoffe drin. Und, ob das jetzt von dem Hersteller ist oder von einem anderen, aber ich liebe diese Babynahrung. Okay. Du hast wenig Zucker. So, ich mache Abwasch. So, wie durch Zauberhand ist der Abwasch schon weg. Machen wir dazu. Eine nicht richtig gut. Ah, komm. Ah, komm. So. Dann ist das auch erledigt. Das Auto sieht aus, ey. Den hatte ich Montag letzter Woche gewaschen. Zwischendurch natürlich sofort hat es geregnet. Ist auch klar. So, sofort wieder eingesaut aus. Und ich werde wahrscheinlich entweder heute fahren am Rüssel waschen. Oder kommenden Montag. Auf jeden Fall muss er jetzt mal wieder. Das habe ich rausgelegt. Das Müll. Das mache ich gleich mal mit. Und. Ja. Also, das sieht man aber auch nur, wenn man. Ich glaube auf Kameranreise deutlich. Jetzt könnt ihr das sehen, ne. Ei, 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 ei. Ja. Aber, kann man ja Abhilfe schaffen. Wird auch. Und dann machen wir wieder schön sauber. Ja, Auto war voll ausgeladen halt. 24 Tonnen waren drauf. Hab dann auch mal ein paar Wagenbelege jetzt. Das ist auch ganz gut. Weil sie auch Wasser leer wiegt. Mit halben Tanks. Und hab jetzt die genauen Massen vom Zug. Das ist ganz cool. Auf der Waage da wo ich war. Wo ich diese Salztabletten geholt hatte. Super freundliches, nettes Team da auch. Das war bei Staßfurt. Ich bin dann eine Ladung in Oranienburg losgeworden. Also nördlich von Berlin. Die nächste in Rostock. Und jetzt halt rüber nach Elmshorn. Das ist westlich im weitesten Sinne von Hamburg. Machen wir jetzt noch die dritte. Und da sollte ich dann um 7 Uhr sein. Hab noch ein bisschen Zeit jetzt. Wird mir jetzt gemütlich Kaffee machen. Und dann kann es runter erstmal zum Wochenende in Richtung Kasse gehen. Hab jetzt auch nur die halbe Woche gefahren. Also Montagabend bin ich dann auf die Bahn. Weil ich noch ein bisschen was anderes zu tun hatte. Und das war hier mein... Mach mal zu. Ich hab mir die Standheizung angemacht. Und das war mein Ausblick für die Nacht. Also ich hab auch die Vorhänge... Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Nur bis vorne zugemacht. Und die vordere Scheibe offen gelassen. Den Rollo runter. Also das sieht dann ungefähr so aus. Und dann war es mir dunkel genug. Und ich hatte immer Ausblick. Also ich hab gut geschlafen. Bisschen werde ich wahrscheinlich heute tagsüber noch ein bisschen nachschlafen. Hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ich fühle mich gut ausgeruht. Und dann kann es gleich losgehen. So, auf geht's. Ich denke mal alles funktioniert. Mal schauen, wie lange das Mikrofon-Empfangsteil so durchhält. Die Strecke noch? Nee. Dann... Machen wir mal. So, Haus- und Hofrunde ist gemacht. Kaffee ist auch gekocht. Auf Vorrat. Und noch was in der Tasse. Das überlebt da eigentlich ganz gut. Ah, wartet mal. Ich kann auch hier rum. Mal ein bisschen weiter zurückschieben. Das reicht. So. Die Gelände an. Wenden wollen wir hier nicht. Es geht mir zu sehr auf die Reifen. So, das Auto muss noch richtig warm werden. Betriebe etc. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier aus Wismar rauskommen. Es ist noch nicht viel los. Das ist toll. Das hier durch. Und die Möwen sind am Schreien. Das ist schön. Ich glaube, da kam was. Ich glaube, da kam was. Dankeschön. Hier sind Trailer-Plane mit Mitnahmestapler. Das fände ich noch genial. Ich bin aber am überlegen, ob ich sowas mal miete. Da bräuchte ich aber eine feste Auftragslage dafür. Und im Grunde genommen bin ich jetzt dabei, feste Kunden zu gewinnen. Ich mache also noch viel über Timo.com auf der einen Seite. Ich habe aber mittlerweile schon die einen oder anderen Partnerschaften oder halt Kundenmöglichkeiten. Ich genieße aber auch meine Freiheit, die ich habe. Aber so eine schöne durchgeplante Route hatte ich letztens. Da bin ich für einen Getränkemarkt gefahren. Ein Großmarkt. Und habe dann die Brauereien angefahren. Also nicht die Wasserindustrie. Warte mal hier. Sondern runter nach Fürth zu einer Brauerei mit Festchen und eigentlich im Wesentlichen Fässern. Und dann weiter in den Thüringer Wald hinein zu Wernesgrün. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Also die arbeiten sehr professionell. Du wirst schnell entladen. Du wirst schnell beladen. Die schauen auch, bist du in der Lage, das überhaupt auch sicher zu transportieren. Hast du ein neues Ladungszertifikat. Wie sieht der Lkw aus? Wenn du da mit so einer räuligen Bude ankommst, die wir ja auch oft auf den Autobahnen sehen. Dann bist du schon mal außen vor. Oder wirst nicht nochmal reingelassen. Und achten auch sehr auf Ladungssicherung. Also das hat mir gut gefallen. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Gerade weil ich in letzter Zeit auch viel Holz gefahren bin. Und Holzfahren ist schon anstrengender. Also das muss man sagen, weil du oft in großer Höhe oben über eine Leiter, und das hatte ich dann in Bremer Hafen gemacht, am Sichern bist. Und das im strömenden Regen, während es da durch die Regenjacke in den Nacken reinpladdert, ist schon eine tolle Erfahrung. Nicht, dass ich das jetzt nicht kennen würde. Aber wenn du dann so vom Hof runter musst und auch keine Zeit hast und da so durch die Staplerfahrer da so durchgepeitscht wirst. Wenn man sich da durchpeitschen lässt. Aber du halt auch siehst, okay, die wollen jetzt auch nach Hause. Die wollen ins Gelände abschließen. Dann hast du doch so einen gewissen Druck, dass du fertig werden musst. Ist schon cool, Holz zu fahren. Aber es muss halt auch einfach dementsprechend bezahlt werden. Weil du immer sehr, sehr schwer unterwegs bist. Und also der Bosche hier, der hat, wenn er sehr schwer ist, die Berge hoch schon seine Problemchen. Also die 500 PS sind da ordentlich im Kämpfen. Also für immer schwer ist es meines Erachtens nicht ganz das richtige Auto. Ich bin erstmal sehr zufrieden. Ich habe die große Hütte. Das ist etwas für mich, was sehr, sehr wichtig ist. Also viel Platz zu haben. Ein bisschen aufpassen wegen der Tasse hier. Dass es hier schwipp schwapp macht. Das habe ich auch schon mal gefahren, die Brühe. Aber wenn du halt viel in die Berge runter musst. Und sei es dann nach Fürth Nürnberg oder halt in die Schweiz rein. Da geht es ja eigentlich noch. Da bist du ganz cool am Fahren. Da fahre ich dann über Marburg, lass die Kasseler Berge liegen. Versuche die ganz großen Steigungen links liegen zu lassen. Weil wenn du voll bist, auf 40 Tonnen ausgeladen. Also dann wird es echt mühsam mit dem Auto. Das ist so. Da brauchst du ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. Vor allen Dingen vielleicht einfach nochmal 200-300 Metern mehr Drehmoment, dass du da ein bisschen flüssiger hochkommst. Geht ja nicht noch mehr so. Geht ja allen so mit ihren 500 PS Autos. Sei es ein Volvo oder ein Mercedes. Weil die kochen alle mit Wasser. Da gibt es ja, was ich da mal höre von Volvos, dass die dann an der 500er an der Achse 510 PS haben sollen. Warum sollte das Volvo so verkaufen? Also sie wollen ja auch ihren 540er verkaufen. Und die nächst größeren Maschinen. Also dass man auch einen Anspruch hat, das Geld auch auszugeben. Und ich muss mal fahren so was. Ich lass mich doch gerne eines besseren belehren und überraschen. Aber aus technischer Sicht macht es einfach keinen so. Außer die Dinger sind halt gechippt. Und da muss man es halt auch richtig machen können. Da gibt es glaube ich viele am Markt, die sich da ausprobieren. Das System überreizen. Und wenn du dann richtig Kraft brauchst und er braucht richtig hohen Ladedruck und Luftstrom, dann kann der Sensor auch schon mal kippen. Und da ist ein Fehler an der Motorsteuerung. Und dann ist der Kraftfluss weg. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Also wenn ich jetzt mit 40 Tonnen hier oben, also Richtung Magdeburg, Richtung Norden, Meckpom oder so rumfahre, dann ist das alles überhaupt kein Thema. Dafür ist er gemacht. Also da zieht er auch die Anhöhen, zieht er super hoch, aber daraus halt wirklich bergig wird. Da brauchst du mehr Dampf unter der Haube. Deswegen kann ich da zum Beispiel auch einen Freddy mit seinem 660er sehr, sehr gut verstehen. Weil da kannst du deutlich flüssiger fahren. Aber man muss es halt auch bezahlen können. Das ist jedem seine Sache. Und ich denke mal, zum Anfang ist das hier schon ein ganz gutes Auto, reinzuschnuppern erstmal. Ich hätte mir auch gedacht, Mensch, nimmst du gleich den 15,2, also sprich jetzt den D38. Aber ich dachte mir, komm, fang erstmal an, guck dir das Gewerbe erstmal an. Jetzt ist das eine böse Flasche, die eigentlich da drüben liegen soll. Jetzt schaust du erstmal in Ruhe an, steigern kannst du dich dann immer noch. Ein Verbrauchswunder ist er jetzt auch nicht. Aktuell, ich war jetzt in letzter Zeit in vielen Bergen und sehr schwer unterwegs. Da liegen wir jetzt bei 31,8. Da ist aber jetzt, ich hatte mal genullt, die ganze Geschichte jetzt vor kurzem. Also da ist ungefähr 60 Prozent recht bergig. Runter führt Nürnberg dann über Hof zurück. Da jeder, der sich da ein bisschen auskennt, der weiß, da geht es teilweise ganz ordentlichen Berg hoch. Und ja, da lag er dann auch schon im Durchschnitt bei 33,4. Auch indem ich halt am Berganfang kann ich ihn schön anlaufen lassen, dann in Gang runter, dass er an der Drehzahl ein bisschen hochkommt und sich dann halt im optimalen Drehzahlbereich, sprich vom Drehmoment her, einfach richtig festbeißen kann. Aber trotzdem kommst du da kaum unter 33 Liter in den Bergen. Jetzt im Flachland ist es wieder ein bisschen runtergegangen auf durchschnittlich 31,8. Also da kann ich ihn dann auch im Flachland mit zwischen 27 und 28 fahren. Und ich nutze ganz gerne auch dieses Eco Roll. Das ist aber hin und wieder ein bisschen nervig, wenn du mal beholt hast am Berg. Dann nimmt er kurz vor der Kuppe den Gang raus, lässt dich drüber rollen und dann einfach mit Schwung halt ganz langsam Bergrücken wieder runter, wo sich der, den du gerade überholt hast, dann wieder langsam an dich herankämpft und zum Geholen ansetzt und quasi der ganze Überholgang für die Katze ist. Also aktuell haben wir noch drauf. Wie viel haben wir denn drauf? Einmal neun Tonnen und einmal sechs Tonnen losgeworden. Also 15 Tonnen, das heißt neun Tonnen haben wir noch drauf. Alles vorne jetzt auf der Antriebsachse. Und das ist ein Gewicht, das gefällt ihm richtig gut. Also da läuft er auch gut. Also mit 10, 12 bis 15 Tonnen läuft das Auto richtig gut. Da brauchst du auch nicht wirklich mehr als die 500 PS. Geht halt wirklich nur darum, wenn du die 40 Tonnen wiegst mit dem Fahrzeug und dann halt in die Berge reingehst, da solltest du ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Was ihr nicht so sehen könnt, also hier die Verkabelung von der Bauampel, die ist richtig wild. Musste schnell gehen. Hängen wir einfach mal hin. Eigentlich wollte ich heute Morgen noch ein bisschen Kettlebellsport machen. Aber ich glaube, das mache ich dann, wenn ich da abgeladen habe. Dann bin ich ein bisschen geschmeidiger. Also ich war einfach noch ein bisschen zu steif und wollte dann lieber die Zeit nutzen, das Auto ein bisschen noch sauber zu machen und mir einen Kaffee zu machen. Einmal Vorrat. Einmal Dings. Ach so, die Beeren-Sahne, die ich da habe. Das ist nur eine Sahne. Es gibt ja auch noch die gesüßte Sahne. Die wollte ich eigentlich machen. Die habe ich als Kind geliebt. Die habe ich immer so mit einem Löffel, ne? Löffel rein und das, was hängen bleibt, dann in den Mund. Das ist ja eigentlich noch Zucker, aber das hat immer irgendwie wie so ein süßer Teig. So hat das geschmeckt, bevor du ihn halt in den Backofen gibst. Gleich geht es auf die Autobahn. Wenn wir uns mal lassen. Ansonsten so über den Geschäftsverlauf. Das wird sich noch ein paar Mal wiederholen in den anderen Videos. So ich dann halt die zurückliegenden Wochen auch zusammenschneide. Bin ich ganz zufrieden. Also es war ein bisschen holprig am Anfang. So der erste Monat. Also wir reden ja immer noch über den ersten Monat. Ich bin ja jetzt noch nicht im zweiten. Ich habe am ersten Mai so richtig angefangen. Also in der letzten Aprilwoche bin ich da schon mal auf Test losgefahren. Das heißt abrechnungstechnisch habe ich jetzt eigentlich nur den Mai. Dann komme ich auf ganz vernünftige Umsätze. Und wenn man es jetzt mit der Erfahrung noch optimiert. Und ich lerne ja ständig dazu. Dann geht da noch mal signifikant mehr. Und da bin ich ganz zufrieden. Und im Moment macht es auch. Es macht Spaß. Also ich genieße das auch jetzt von Magdeburg hier hoch an die Ostsee zu fahren. Vielleicht in Zukunft plane ich die Tour noch mal ein bisschen anders. Also ein Träumchen, ein kleines jetzt so. Als nächstes kleines Traumziel wäre es mal Richtung Sassnitz auf Rügen hochzueiern. Du musst halt was zurückkriegen. Das ist eher so der Punkt. Die schönen Ziele haben meistens eine gute Hinladung. Und zurück wie zum Beispiel aus der Schweiz. Dann nimmst du entweder was ganz Billiges. Also nimmst du was mit, was dich gerade so über die Grenze bringt. Weil du kriegst da oft nur Waren. Jetzt zumindest das, was ich halt erkennen kann, jetzt über Timo kommen. Da liegst du oft beim Euro pro Kilometer. Und das sind auch das Frachten, die dir die großen Speditionen vermitteln wollen. Teilweise. Und da mache ich es dann eher so, dass ich dann zum Beispiel in der Schweiz, wenn ich es denn mache, eher Teilladungen kleine nehme, die so bis maximal Karlsruhe gehen. Dann kriegst du auch einen guten Schnitt. Dann liegst du auch wieder so bei 2 Euro pro Kilometer. Aber tief rein nach Deutschland kriegst du meistens nur Vollausladung. Und das kannst du komplett stecken. Da bist du so bei Euro 10 bis Euro 30 pro Kilometer. Wohlgemerkt inklusive Maut. Und dann müsst ihr wissen, dass die Schwerlastabgabe in der Schweiz für so einen 40 Tonner mit 5 Achsen so bei knappem Euro liegt pro Kilometer. Also das musst du schon gut rechnen, dass das funktioniert. Und deswegen lohnt es sich meistens nur, wenn denn nicht irgendwie was anderes angeboten wird. Also zum Beispiel zumindest in meiner Situation. Ich habe jetzt keine große Spedition dahinter, die mich irgendwie durchdisponiert. Es lohnt sich eigentlich eher, etwas Kleines Schnelles rauszunehmen, um die Kosten wenigstens zu decken, bevor man halt leer fährt. Du musst dann aber auch rechnen, fährst an die Ladestelle, wirst beladen, kostet Zeit, Anfahrt und so weiter. Und dann musst du natürlich immer noch entladen. Manchmal geht das richtig gut, da geht alles zügig und schnell. Ich hatte mal eine Ladestelle in der Schweiz, da ich Rotor- und Stator-Teile aufgenommen. Das waren, weiß ich nicht, 5 Meter laufende Länge an Ausladung hinten, an Paletten. Also ich habe die Papiere unterschrieben und so weiter, dann kommt der Staplerfahrer zurück und meint fertig. Also ich konnte gar nicht so schnell gucken und die Papiere unterschreiben, so schnell wie das ging. Und ja, also da ging es super schnell. Aber manchmal muss ich auch schon zwei Stunden warten. Das muss man halt immer so ein bisschen handeln. Ist es mir das Wert jetzt von der Zeit her oder könnte ich in der Zeit in Deutschland schon mehr Geld verdienen? Das ist so dieses Balance-Spiel. Hast du den Eindruck oben, dass da das war? Ich hoffe, es kommt mir gerade so laut vor. Ja, mittlerweile habe ich da noch einen schnellen Weg in die Schweiz reingefunden. Allein von der Zeitplanung her, dass man nicht so ankommt, dass man sich jetzt in der langen Schlange steht. Das kann ich mal erzählen, wenn ich, das würde ich dann mal aufnehmen, wenn ich wieder in die Schweiz fahre. Oder halt an dem einen Video festmachen. Da ist auch ein Video dabei. Da fahre ich das zweite Mal in die Schweiz rein, habe mich dann brav dort hingestellt, habe kurz vor der Grenze übernachtet, fahre dann möglichst früh los. Allerdings wusste ich ja auch, dass das Büro zur Abfertigung erst halb acht aufmacht. Das heißt, um fünf muss ich da nicht schon vorne stehen, weil das ist wertvolle Arbeitszeit, die der dann verstreicht. Ja, und dann stand halt so ein Kollege, ein litauischer, vorne und hat erstmal geschlafen. Alle anderen, wie die Paaren auf einer Schwur, haben sich halt eingereiht, haben gewartet, haben darauf vertraut, dass der Kollege jeweils davor das schon alles richtig macht. Tja, und dann muss die Polizei erstmal aufräumen. Also, das ist so eine, bei der Bundeswehr hätte man dann gesagt, Kameradenschwein. Und hätte ihn regelrecht geächtet, ja. Aber da sind sowieso hier Straßen oder Dinge, die auf der Straße passieren. Den müssen wir mit einem Fahrzeug, was zumindest deutsche Kennzeichen dran hat, weil auch wenn es deutsche Kennzeichen hat, sitzen ja oft genügend Ausländer drauf. Noch nicht so passiert, aber oft genug halt drücken wir die osteuropäischen Kollegen den Trailer oder beim Wiedereinscheren so dicht vor die Hütte, auch wenn sie einen gewissen Geschwindigkeitsüberschuss haben. Weil meistens kennen sie ja nur 90. Das geht gar nicht. Ich denke, die bräuchten auf jeden Fall mal eine richtige Verkehrsschulung. Oder beziehungsweise auch zumindest so ein Berufskraftfahrer im Schnelleinstieg, um die Jungs so ein bisschen zu sensibilisieren. und wenn sie dann manchmal aussteigen siehst. Also es gibt da sehr, sehr vernünftige. Es gibt aber auch welche. Da denkst du dir, um Gottes Willen, ich hoffe, du pflanzt dich nicht fort. Dann drücken sie jetzt hier den Berg runter. Ja, alles voller Steine. Aus dem Betonwerk. Um 8 Uhr soll man erst da sein. 2 Stunden 15 Minuten. Es ist früh genug. Ich hoffe nur, dass ich halt durch Hamburg vernünftig durchkomme. Oder in Hamburg vorbei. Jawoll, jawoll. Willkommen auf der Hafenrundfahrt hier einmal durch Hamburg weg. Nicht mit einem ganz dicken Schiffsdiesel, aber auch mit einem Diesel. Aber übrigens versteht mich, dass dieses Dingsempfangsteil noch dran ist. Wahrscheinlich ist es nicht. Da müssen wir jetzt mit anderer Soundqualität dran kommen. Weil ich kann jetzt hier nicht nach hinten greifen und das alles antasten. Da ist der Verkehr wichtiger. Vielleicht ist ja irgendwo noch mal eine längere Umbudfaser. Und es ergibt sich dann. Ich komme jetzt hier gleich auf die Alster zu. Ich erkennt sie nicht. Vielleicht ist der ein oder andere auch von euch schon mal beim Alsterlauf mitgelaufen. Das sind so 10 Kilometer. Ich habe das ein paar Mal mitgemacht. Ich will mal gucken, ob ich dieses Jahr September dafür fit werde. Damit meine ich nicht körperlich. Weil das will ich sowieso wieder mehr von der Szene her. Dass ich da schon wieder so einen 10 Kilometer Lauf machen kann. Das war alles jetzt gut verheilt. Also kann das auch wieder gut belasten. Aber ich merke, wenn ich jetzt, ich fange wieder leicht an zu joggen jetzt gerade. Und das ist jetzt ungefähr etwas über drei Monate her, dass die genäht wurde. Also ganz vorsichtiges, leichtes Joggen. Immer mal so 200, 300 Meter nicht überlasten. Und dass es sich richten kann. Es geht mehr darum, jetzt weniger Ausdauer und Kondition aufzubauen wieder. als viel mehr darum, die Sehne halt zu trainieren. Sodass ich dann irgendwann wieder vernünftig laufen kann. Und aus Dauer und Konditionen aufbauen kann. Weil das fehlt mir. Das fehlt mir wirklich. Man merkt das auch immer so. Immer umfänglich auch los. Ich habe jetzt zwar schon auf der einen Seite gut abgenommen beim Lkw fahren. Aber es ist auch wichtig. Du merkst es auch unter dem Rücken und so weiter. Wenn du manchmal aussteigst nach langen Fahrten, weil du erstmal dich wieder entfalten musst. Da vernünftig Sport zu machen. Da hilft mir halt die Kettlebell sehr dabei. Aber ich würde halt auch gerne laufen gehen. Es gibt so schöne Stellen, an denen ich teilweise Rast mache. Wo ich denke, ach jetzt ein schönes Läufchen hier. Auch gestern durch Wismar hätte man wunderschön durch den alten Harpen laufen können. Ja, jetzt hätte ich die Hochphase gehabt, um das mal einzuschalten. Aber sie war ohnehin recht kurz. Mal gucken, wenn ich das nächste Mal in der Rotphase ein bisschen weiter hinten stehe. Ob das besser überblicken kann. Ergibt sich. Oder vielleicht noch die Gelegenheit. Ein schöner Seegang hier. Wollah! So, und jetzt hier rechts. Ja, ich habe bei mir das Komfortblinken angelassen. Das blinkt dann meistens so, ich glaube, acht Mal. Ist immer auf der Autobahn, wenn du dich bedanken willst, wenn dich jemand vorgelassen hat oder so bei Kollegen. Bisschen hinderlich. Aber dann mache ich lieber kurz Warnblinkanlage an. Und gebe dann zwei, drei Signale. So als kleines Zucker zum Dankesagen. Gehört sich einfach so. Auch sonst finde ich es halt so für den Spurwechsel finde ich es gut. So ist es ja. So, mal gucken. Der Taster ist. Ok, jetzt. 1, 2. Ja, jetzt muss es besser sein. Ja, jetzt muss es besser sein. Jo. Ja. So. Jetzt muss es besser sein. Ja. Jo. Ja. 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 Es ist nicht so, dass es nicht so gut ist. Ne, wir wollen hier doch raus. So, ich hätte dann. Ich war auch ein bisschen erstaunt, dass Gamin mich im Grunde genommen einmal mitten durch Hamburg führt nach Elmshorn und im weitesten Sinne mit westlich von Hamburg lag ich ja sowas von dem Verkehr. Das ist mehr so oben im Nordwesten, mehr im Norden, um einzuordnen. Auch ein schönes jetzt hier durch Hamburg zu fahren. Wir haben es jetzt 7.07 Uhr und da baue ich noch so ein bisschen drauf, dass der Berufsverkehr noch nicht so stark ist jetzt. Das ist ja so, dass der Berufsverkehr noch nicht so stark ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber ich glaube die letzten Aufnahmen jetzt nicht von heute, sondern quasi von vor dem Schnitt vor Bismarck. Das müsste noch die Schweiz gewesen sein. Mit diesem herrlichen Fleckchen in der Erde, das war letzte Woche. Und wo ich noch die Kette will ausgepackt wurde. Ja, das müsste die Schweiz gewesen sein. Zwischenzeitlich hatte ich dann Sporn gemacht. Einmal zu Hause. Und dann nochmal zu Hause mit der 20er gleich wieder. Hier habe ich jetzt noch die 16er dabei. Ich glaube die kann ich langsam wieder erhöhen. Wo war ich das denn? Das war auch unterwegs gewesen. Oh, ein schöner Dreiersatz. Ja, den führt direkt vor der Brauerei. Dann bin ich zu spät zum Abladen gekommen. Und habe mich dann direkt vorne vor den Eingang gestellt. Das wurde mir so empfohlen. Dann war ich morgens gleich der Erste. Zumindest der erste Fremdanlieferer. Die Hausspeditionen, die durften ein bisschen früher rein. Und habe dann meine Übungen durchgezogen. Ach, manche gucken nach wie vor ein bisschen blöd. Aber es kann mir egal sein. Das ist ja meine Gesundheit. Und vorne so eine Trommel dran. Das ist halt nicht mein Ziel. Das heftig in so vielen Dingen. Und Übergewicht ist ja an allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein wunderbarer Beschleuniger. Und da ich hier sowieso sehr, sehr viel sitze. Yellowfader vorbei. Meine Güte. Vielleicht dachte ich bin in Hamburg und nicht in Trantütenhausen. Ja, und ich schleppe momentan ein bisschen Übergewicht mit mir rum. Das muss wieder weg. Und deswegen warte ich so sehr oder liebere darauf zu laufen wieder. Weil Laufen ist. Ich finde, das schaufelt dir auch den Kopf frei. So eine Stunde joggen gehen. Du musst ja nicht rennen wie ein Weltmeister. Hauptsache, du bewegst dich. Und wenn du jetzt abnehmen willst, dann im optimalen Impulsbereich. Ich bin noch einer. Ich habe sehr früh im Leben mit Sport angefangen. Mir fällt es schwer, beim Joggen langsam zu laufen. Also wenn man wieder drin ist. Am Anfang ist das immer was anderes. Aber da muss ich erstmal wieder hinkommen. Hier steht so ein neuer, was ist denn das? Ein 60er Volvo. Der sieht doch schick aus hier. Von der Front her. Ich will auch irgendwie so ein V90 sein. Aber die Dinger heißen. Volvo nie gefahren. Schönes Auto. Das ist eine Stunde. Du kommst mal so ein bisschen zur Ruhe. Ich habe da auch keine Komforte drin oder so. Ich laufe dann lieber so. Ich suche mir dann immer Stellen, wo ich durchs Grüne laufen kann. Am besten auch Waldwege. Das beste auch für die Fußgelenke. Und dann abschalten. Und dann kommst du. Und dann fließen auch die Gedanken. Das ist ganz wichtig auch mal, um den Kopf freizukriegen. Ein bisschen entgiften. Da bin ich noch einer hier durch. Ganz schnell noch. Und deswegen jetzt. Ich werde jetzt noch anfangen halt. Das muss ich konsequenter machen. Die Sehne, Wehnen und diese Wippübung mit dem Fuß machen. Dass man sich stärker hochdrückt. Die Waden sind auch total schwach. Ich habe gesagt, ich hätte immer so schöne Waden. Kennen bestimmt viele Männer von euch. Die Frauen sagen, ich habe auch schöne Waden. Das ist total. Wie so ein Zahnstocher. So dünn ist die. Meine Mutter hat gesagt, Klingeldrahtbeine. Irgendwie Klingeldraht. Das hat sie früher mal, als ich noch ein kleiner Junge war, zu meinen Armen gesagt. Um so mein Selbstwertgefühl aufzubauen. Klingeldrahtarme und Frauenbeine hatte ich früher. Also das ist einfach, wenn es nach meiner Mutter ging. Also wir haben beide so eine gewisse Art von Humor. Das muss man auch reden können. Das hat mich nie verletzt oder so. Weil ich immer weiß, woher es kam und mit welcher Liebe es gesagt wurde. Ich trage es auch gerne an andere weiter. Also sprich jetzt, dass ich das so bezeichne. Das steht mir an der Fernsehtour. Da war gar nicht so bewusst, dass Hamburg ein Fernsehtour macht. Wahrscheinlich an Hamburg mehrere Fernsehtour macht. Oder von der Fernsehtour macht. Ich bin schon am Reservecafé dran. Also die Kaffeesahne, die holt's raus. Weil, ähm, dieser Kaffee, dieses Krügelzeug, das ist nicht meine Welt vom Kaffee. Das ist halt, du hast halt was zum Festhalten und zum Nippeln. Besser als so Joghurt Gums und voller Zucker. Oder Ersatzstoffe für Zucker. Ich bin schon mal auf dem Beispiel mit dem Blinker. Oh, uschala. Wenn das Fahrerhaus jetzt nicht verriegelt wäre, dann würden wir jetzt hier vorne hängen, gut auf den Asphalt gucken. Da lohnt sich eine gute Ladungssicherung. Natürlich mit Anti-Rutschmatten niedergezurrt, auch wenn es beschüttete Säcke sind. Ähm, das ist immer ein bisschen schwieriger. Da brauche ich übrigens noch so breite Matten, die ich drüber lege. Das muss ich mir noch holen. Ähm, dass man die Last, also die Spannlast, verteilen kann besser. Das muss ich auf jeden Fall machen, weil für die würde ich gerne öfters fahren. Und, weil die Touren sind schon ganz gut. Sie werden auch gut bezahlt. Also vernünftig bezahlt. Und, es ist ein schönes Arbeitsklima dort. Also beim B-Laden und auch beim Entladen in Baumärkten. Also, äh, super freundlich die Leute. Wobei ich aber wirklich immer aktiv freundlich auf die Leute auch zugehe. Und, ähm, bin auch immer ganz, ganz schnell entladen worden. Und du kommst halt auch an Baumärkte liegen meistens auch immer ganz günstig. Ähm, kannst dann schnell noch was bei Bäcker dort holen. Also, das muss schon alles. Was ich heute Morgen, also vorhin hatte, im Video angeschnitten hatte, noch mal das Thema Mitnahmestapler. Ich finde das halt insofern sehr interessant, weil du noch mal ein bisschen selbstbestimmter bist. A, während die Touren sehr, sehr gut bezahlt wird mitnahmestapler. Und B, ähm, kommst du halt an Baustellen drauf und so weiter. Und jetzt enges Fahren und ein Cirkel, das, ähm, finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ein bisschen zuglampsen. Ähm, ganz im Gegenteil, das mach ich eigentlich sogar ganz gerne. Und hatte da jetzt auch jemanden kennengelernt, auch einen etwas ähm, älteren Fahrer, der, äh, mit viel Erfahrung, der auch Mitnahmestapler fährt und, äh, den ich gestern kennengelernt hatte. Der hatte da, boah, ich hab die Markets vergessen mit M irgendwas. Nicht Mambo, sondern auch rot lackiert. Das kann aber auch eine Fahrzeuglackierung sein. Ähm, Mommet oder so, irgendwie so. Ich meinte es mir wohl mit so das Beste am Markt. Aber er hat das halt ein bisschen anders auf alles ausgelegt. Wichtig ist auch, dass der Träder noch ein Kontergewicht vorne hat, weil sonst hast du ja natürlich nur, wenn der Lenkachse möglichst weit hinten ist, die das Gewicht ein bisschen auffängt, ist natürlich dann die Trinkachse, wenn du leer wirst. Ähm, gut entlastet. Also über eine Hebelwirkung zieht's ja die ein bisschen nach oben, deswegen brauchst du ein Kontergewicht. Und, äh, dann hast du so ein Mitnahmegewicht noch, äh, von 22 Tonnen. Aber du bist halt so herrlich, äh, äh, na sag ich gleich mal, unabhängig. Du bist ja total unabhängig vom Aussehen. Du kannst ja alleine überall hinkommen, gut abladen. Das finde ich, äh, persönlich richtig, richtig super. Äh, der Trosten, also der Harry, De Jong, der hatte ja schon gesagt, wo du allerdings aufpassen musst, bei Mitnahmestapler ist, wenn du nach Italien runterballerst, ähm, das sehen wohl die Italiener aus irgendwelchen Gründen nicht gerne, dass du da Mitnahmestapler mit einbringst. Ähm, das ist wahrscheinlich wegen Verzollung oder so. Also, äh, warum auch gerade Italien, weiß ich nicht. Aber ich hab ja auch gelernt, im Thema LKW gibt's ja unbedingt für jedes Land bestimmte Regeln. Also, beispielsweise, das hatte ich in der Berufskraftfahrer-Ausbildung, äh, im Intensivschnellskurs wie Rom, äh, gelernt. Und, das haben sie einem so mitgeteilt in Italien, äh, in Spanien darfst du sogar im Führerhaus nicht mehr als 0,5 Liter Flaschen haben. Äh, sonst kriegst du schon eine Strafe. Ähm, warum? Weiß ich nicht. Das schließe ich mir jetzt auch nicht. Also, gerade da unten, wo es so warm ist, dass wir ein bisschen noch viel trinken können. Oder ob die dann davon ausgehen, wenn du große Flaschen hast, dass du dann zu lange fährst, äh, also, ich versteh's nicht. Belgien ist da wohl auch ein bestimmtes Ding, also, äh, wenn du Europa fährst, dann muss du, äh, muss ich mich echt noch ein bisschen vorbilden, damit wir ein bisschen reinlesen, welche spezifischen Dinge für jedes Land zu beachten sind. Also, das ist auch so eine Sache mit Europa. Äh, ich liebe ja Europa, ich bin total gerne auch Europäer, deswegen hier vorne auf der kleinen Limpel, neben Deutschland immer Europa. Ähm, auch die Vielseitigkeit, der Kultur, diese... Diversiv... 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 Oh... Diese... Moment, ich mach'n Schnitt. Nee. Divers... 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 Diversivität... Oh Gott, das wird... Ähm... Ich bin nicht dumm. Also, das liebe ich ja. Genauso ist es aber auch so, ähm, unterschiedlich in den ganzen Bestimmungen, die eigentlich den wahren Fluss und Transport noch ein Stück weit hätten. Also, da würde ich mir schon noch einheitlicher wünschen. Und, ähm, jetzt demnächst wird... Das musste halt mit der Zündung kombiniert werden. Vielleicht krieg ich's auch noch selber eingebaut. Wird auch das europäische Autopretronne noch eingesetzt und eingebaut. In der Schweiz hab' ich's dann immer pro Handzahlung gemacht, aber so hab' ich das dann auch mit drin. Und... Da sind dann 14 Länder eingeschlossen. Es wurde immer noch ein bisschen was aufgenommen. Und dann geht's auch auf ein bisschen größere Touren. Und dann... Oder? Dann war's... Ja. Dann ist... von Ampel zu Ampel Oh, das ist nur eine ganze Ecke durch die Stadt So, muss ich mal das nächste Mal drüber nachdenken, was hier so ein Thema ist Ach guck mal, SPD war im Lackart Was die Partei noch geht, Mensch Ja, letzte Wahl, ne? War ja ein ordentlicher Denkzettel für die Regierungsparteien 1,66 der Diesel, ich bin da ja mittlerweile auch bei Tanken registriert Ich hab ja auch in den letzten Monaten schon gut getankt und der Durchschnittspreis war echt okay Also das war für Gesamtdeutschland im Schnitt, im Querschnitt, bin ich da gut rausgekommen Und da ist halt dann, bei den Tankstellen sind da doch so aufgebaut einige, dass du gleich von beiden Seiten befüllen kannst Dass du nicht umpacken musst, kannst du ja nochmal einen Tank füllen Weil da kannst du ja mit deiner Tankkarte nur einen, das soll ja jeweils immer betreiben Du musst dann auch mit Blumen mit dazu gleich Das heißt, dann ist das Auto einmal voll Und ich denke, wenn ich dann heute wieder in Kassel bin Und ich mach vielleicht einmal eine Reinigungsrunde Und dann kann ich auch gleich nochmal die Schüssel gleich nochmal volltangen Ach, hier bin ich letztens schon ab Richtung, hier links Das könnt ihr ja nicht sehen, das ist so ein großes, so ein Bus-Bahnhof Und unten genommen also so ein Terminal Wo die ihre Busse dann übernehmen und die Wechsel machen Wahrscheinlich nochmal technische Abnahme Da wird auch geputzt einer Gerade Ich letztens auch schon, da bin ich Richtung Ach, Dittmar schon da gefahren Da hatte ich auch auf Instagram 1-2 Fotos veröffentlicht Und gerade unten ein kleines Video von der Fähre dann Rümer, da Richtung Bremerhaven Da hatte ich aber keine Lust, ein Video zu machen Und jetzt zu placeen Ich glaube, das schönste von Hamburg haben wir jetzt geschafft. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel gesehen haben. Das ist ein bisschen unangenehm, da bräuchte ich noch eine Verlängerung, die die Kamera ein bisschen tiefer hängt, ein bisschen weiter nach vorne. Das sieht man auch hier nach vorne aus. Das ist hier so nebenkopf für eine optimale Position. Mal gucken, ob ich so etwas machen kann. Das ist hier so nebenkopf für eine optimale Position. Untertitelung des ZDF, 2020